Neue zeitgemäße Sichtweisen sollen beim Salzburger Jedermann zum Einsatz kommen. Zumindest, wenn es nach den beiden Hauptdarstellern Jedermann Philipp Hochmeier und Bullschaft Delilah Piasko geht. Also ich glaube, dass Jedermann ganz klar als Zeitgenoss erkennbar ist und erkennbar sein wird. Und eben nicht, dass es historisch angelegt ist, sondern heutig. Und das kann man auf jeden Fall verraten. Ich versuche mich gar nicht groß mit Schucke zu machen, wie diese Rolle im Vorjahr interpretiert wurde oder was von ihr erwartet wird. Sondern ich möchte ja natürlich auch Spaß haben und mich wirklich mit der Materie auseinandersetzen. Seit 3. Juni wird geprobt. Nach den Aufregungen um die Ausladung des bisherigen Teams hat man sich voller Elan in die Arbeit gestürzt. Am 20. Juli feiert die Jedermann-Neuinszenierung bei den Salzburger Festspielen Premiere.